Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im Kreis Kaiserslautern. 2014 wird das Objekt fertiggestellt. Das Objekt verfügt über vier Schlafzimmer, drei Badezimmer, eine Gästetoilette sowie eine Einbauküche. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 275 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 2.100 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.